Der Medientag zum großen Preis von Monaco, der Formel 1. Alles hat gespannt auf das Mercedes-Update geschaut. Wir auch. Ich bin Kevin Scheuren. Und ich bin Christian Nimmervoll. Und wir bringen euch auf den neuesten Stand, was ihr heute am Medientag verpasst habt, Christian. Und dieses Update bei Mercedes, das ist halt schon wirklich das Thema gewesen. Muss man ganz ehrlich sagen, alle haben darauf gewartet, wie sieht der aus, was hat sich verändert. Und wir blicken direkt drauf. Wir wollen keine Zeit verlieren und es euch zeigen. Denn der Mercedes W14 hat Seitenkästen. Ja, kein Zero-Pod mehr, sondern echte Seitenkästen. Und wenn wir uns das jetzt gleich mal gemeinsam ansehen, dann sehen wir auch, dass sich diese Seitenkästen doch eher in Richtung Alpin und McLaren orientieren und nicht an Aston Martin und Red Bull, was ja so ein bisschen die Vermutung von einigen war. Also das ist schon mal sehr interessant. Ich meine, man muss sich da jetzt auch herantasten. Gerade Red Bull hat ein sehr aggressives Seitenkasten-Konzept. Mercedes macht eher mal die konservative Schiene. Aber trotzdem ist es eben nicht mit der Zero-Pod, sondern konservative Seitenkästen. Das ist aber nicht alles. Denn an diesem Auto gibt es jetzt auch eine neue Vorderradaufhängung. Und das wird höchstwahrscheinlich eines der Prunkstücke sein. Denn vieles sieht man natürlich am Seitenkasten. Aber das, was mechanisch und was nötig ist, um das Auto auch mit mehr Downforce zu versorgen, das ist die Radaufhängung. Das ist einer der neuralgischen Punkte gewesen bei Mercedes. Und da sehen wir, dass der Querlenker, der oberste Queransatz sozusagen jetzt viel höher ist. Also der höchstmögliche Ansatzpunkt am Chassis wurde gewählt, damit man dort dann mit der Vorderradaufhängung das Ganze auch gestalten kann. Und am Unterboden wurde was gemacht. Das sehen wir aber natürlich noch nicht. Denn der Unterboden, den verstecken die Teams natürlich so gut es geht. Aber eins war klar, es konnte keine Einzelupdates geben. Denn dieses Update funktioniert nur im Gesamtpaket. Und dementsprechend haben wir jetzt in Monaco den Fall, dass der W14, es ist doch keine B-Version und es soll auch keine B-Version sein, Christian, aber mit einem Update daherkommt, was auf jeden Fall mal die Konkurrenz sehr interessiert zurückgelassen hat. Genau. Auch wenn Toto Wolf sagt, es wird kein Allheilmittel sein, die Hoffnungen, die sind natürlich sehr, sehr groß in dieses Update-Paket von Mercedes. Vielleicht können wir zum Vergleich auch nochmal Alt gegen Neu gegenüberstellen. Das findet der ein oder andere vielleicht auch ganz interessant. Toto Wolf verspricht sich von diesem Update vor allem eine, wie er sagt, stabilere und berechenbare Plattform. Hier sehen wir übrigens gleich das Alte, den alten Seitenkasten, wie er bisher gemacht war. Also sehr, sehr eng anliegend. Auch schon anders als im vergangenen Jahr übrigens, aber doch sehr, sehr eng anliegend und mit dieser fast ikonischen, wirklich sehr, sehr eigenen Form im Vergleich. Dazu sehen wir jetzt den neuen Seitenkasten und da sehen wir eine doch sehr viel geradere Linie. Übrigens an der oberen Fläche des Seitenkastens erkennt man auch eine minimal kleine Badewanne. Da passt aber bestenfalls eine Pfütze rein und nicht eine ganze Badewanne wie beim Ferrari. Aber ein bisschen Fläche, wo sich Wasser sammeln würde, ist da auch da. George Russell, der hat sich, beide Mercedes-Fahrer haben sich zu diesem Update geäußert. George Russell sagt, es ist sowohl aerodynamisch als auch mechanisch das Update. Die aerodynamische Komponente davon, die bringt erstmal mehr Downforce. Russell sagt, das muss keine garantierte Rundenzeit sein, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Zugewinn an Performance. Bei der mechanischen Seite sagt er, da ist das nicht ganz so eindeutig. Da müssen wir erstmal abwarten, wie es denn jetzt auf der Strecke funktioniert. Und Russell sagt auch, dass man Monaco jetzt erstmal abwarten muss. Viel kann man da nicht lernen auf einer so speziellen Strecke. Was auch immer man aber in Monaco lernt, in Barcelona sagt er, fängt es nochmal ganz von vorne an. Und Louis Hamilton, Kevin, der war heute zu Gast in der FIA-Pressekonferenz, hat gesagt, 2022 war der große Unterschied zu jetzt, dass man damals nicht wirklich wusste, wie man die Probleme lösen soll. Jetzt hingegen wissen die Ingenieure ganz genau, was zu tun ist, um wieder nach vorne zu kommen. Und er sagt, ich hoffe, die Upgrades bringen uns wieder auf den richtigen Weg. Also in Kürze zusammengefasste Stimmung bei Mercedes mit diesen Updates. Man weiß, dass das jetzt nicht plötzlich dazu führen wird, dass man Red Bull aus eigener Kraft klagen kann. Wenn, dann wäre das eine wirklich sehr, sehr große Überraschung. Aber die Zuversicht ist groß, dass man zumindest wieder auf den richtigen Weg kommt und da einen Schritt nach dem anderen in Richtung Spitze machen kann. Trotzdem muss ich dich natürlich fragen, wir haben ja jetzt lange spekuliert, was machen Sie mit dem Seitenkästen? Bleibt man beim Zero-Pod-Konzept oder macht man es auf die konservative Art und Weise? Ich muss tatsächlich sagen, dass es mich dann schon so ein bisschen geschüttelt hat im ersten Moment, weil ich bin diesen Mercedes jetzt nicht mehr mit normalen Seitenkästen gewöhnt. War ganz interessant für mich, das auch mal für mich selber zu beobachten. Huch, an dem Auto hat sich dann noch einiges verändert. Und auch die Vorderradaufhängung finde ich sehr, sehr interessant, weil im Endeffekt sind das ja wirklich so Schwachpunkte gewesen. Zumindest die Vorderradaufhängung vermutlich einer der größten Schwachpunkte am Mercedes, den man versucht jetzt irgendwie auszumerzen. Wie schätzt du das persönlich ein? Kann Monaco da tatsächlich auch helfen? Eben vielleicht aufgrund der Charakteristik der Strecke sogar doch wichtigere Daten bringen, als man denkt? Also ich glaube, dass Monaco nicht repräsentativ ist und es daher nicht hilfreich ist. Aber wie es funktioniert, Kevin, da müssen wir, glaube ich, wirklich einfach abwarten. Werden wir und wir werden uns das ansehen. Und ja, könnt gerne natürlich auch eure Meinung zum Update in die Kommentare schreiben. Ein Update gibt es wohl aber nicht bei den Fahrern. Zumindest nicht auf kürzester Zeit, Christian. Denn in der Pressekonferenz, vor allem in Gruppe 2, war es natürlich super interessant heute. Denn da sind Lewis Hamilton und Charles Leclerc gemeinsam drin gewesen. Und das war ja so ein bisschen in der Zusammensetzung das, was wir auch gehofft haben. Denn die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen zwei Wochen noch ordentlich. Geht Lewis Hamilton zu Ferrari? Geht Charles Leclerc zu Mercedes? Wechselt Carlos Sainz zu Audi? Also jeder hat da irgendwie den Rennstahl gewechselt. Und Lewis Hamilton, der war heute sehr deutlich, was einen potenziellen Wechsel zu Ferrari anging. Also rot würde ihm ja ganz gut stehen, wie man sieht auf diesem Foto, Kevin. Ja, finde ich auch. Also manchmal sind bei solchen Pressekonferenzen spannender als die Aussagen der Fahrer das, was sie tatsächlich tun und wie sie sich verhalten. Und ich dachte, Lewis Hamilton, wenn er sich ernsthaft dafür interessiert, was bei Ferrari so vor sich geht, dann wird er sich sehr genau anhören, was Charles Leclerc denn so sagt, wenn er auf das Thema angesprochen wird. Hatte er sich aber überhaupt nicht interessiert dafür, sondern als Leclerc über Ferrari gefragt wurde, hat Lewis Hamilton mit Pierre Gasly über irgendwas anderes geplaudert. Also das ist mal so ein Detail am Rande. Aber Lewis Hamilton hat die Gerüchte dementiert, hat zuerst gesagt, es sitzt eine Person hier im Raum. Er meinte damit Jonathan McAvoy, einen Kollegen von der Daily Mail. Die hat eine dieser Geschichten geschrieben, um die so viel spekuliert wurde in den letzten Tagen. Hamilton sagte, vielleicht war den Leuten einfach langweilig wegen des abgesagten Rennens im Imola, dass sie Geschichten erfinden mussten. Zu dem Zeitpunkt, Kevin, habe ich bei uns in der Redaktion gesagt, das klingt jetzt zwar nach einem Dementi, aber wenn man ganz genau hinhört, hat er nicht gesagt, dass es nicht stimmt. Denn die Daily Mail hatte ja nichts geschrieben von Gesprächen zwischen Ferrari und Lewis Hamilton, sondern sie hatten sich sehr spezifisch auf John Elkin bezogen, dass das Chefsache war. Aber später wurden die Fragen dann in der Pressekonferenz spezifischer. Da wurde Lewis Hamilton, ich glaube es war Craig Slater von Sky UK, ganz konkret danach gefragt, hat dich denn jemand von Ferrari jetzt kontaktiert oder nicht? Und da hat Lewis Hamilton ganz eindeutig gesagt, nein. Also damit war der Deckel eigentlich drauf, wenn er uns nicht anlügt. Das weiß man natürlich nie so genau, wollen wir aber nicht unterstellen. Aber Hamilton hat dann eher in die Richtung Mercedes gesprochen und meinte, Toto und ich, wir sind aktuell ganz aktiv dran, das Thema zu erledigen. Wir sind fast dort, almost der war das Wording, das er verwendet hat. Er sagt auch, dass er jetzt zum ersten Mal bei diesen Vertragsverhandlungen ein Team einsetzt, das das für ihn erledigt. Also er spricht nicht mehr selbst mit Toto Wolf, sondern hat da seine Leute. Und er sagt, das ist für ihn total entspannt, weil er kann sich aufs Rennfahren konzentrieren. Er sagt seinen Leuten, du, ich will das und das und das und das. Und mit allem anderen hat er eigentlich nichts mehr zu tun. Und das passt dann auch zusammen mit Aussagen von Frederic Vasseur mit unserem Kollegen Adam Cooper vor Ort im Paddock in Melbourne. Denn Fred Vasseur hat gesagt, Leute, vor zwei Wochen habt ihr Carlos Sainz zu Audi geschrieben. Vor einer Woche war Charles Leclerc bei Mercedes. Jetzt wird diese Woche die nächste Saudungsdorf getrieben. Jetzt gibt es das nächste Gerücht. Wir haben Lewis Hamilton kein Angebot gemacht. Das heißt natürlich nicht zwangsläufig, wie gesagt, Elken hat auch nicht mit ihm gesprochen. Da muss man immer sehr, sehr fein hinhören. Aber nachdem Lewis Hamilton auch schon gesagt hat, gab kein Kontakt, wollen wir das denen für den Moment mal so glauben. Interessantes Detail auch, als es um das Thema Vertragsverlängerung von Charles Leclerc ging, hat Charles Leclerc auch deutlich gesagt, es gibt noch keine Gespräche. Wir haben noch einen Vertrag, der eineinhalb Jahre gültig ist. Das ist jetzt gerade nicht das Thema. Mit John Elken spreche ich öfter über die Saison und über unsere Vision, aber noch nicht über einen neuen Vertrag. Das deckt sich auch mit dem, was Fred Vasseur gesagt hat, Christian, der bei beiden so ein bisschen die Vertragsgespräche auf Eis gelegt hat erstmal, weil es gerade wichtigere Themen gibt, als über Verträge zu diskutieren bei Ferrari. Bei Carlos Sainz und bei Charles Leclerc ist es dann aktuell so, dass man sich darauf konzentrieren möchte, dass man die Performance wieder verbessert und sich nicht ablenken möchte mit irgendwelchen Vertragsgesprächen. Also auch da sehr deckungsgleich die Äußerungen, die zumindest in dieser Situation von Ferrari gekommen sind, zum Thema Leclerc und Vertragsverlängerung. Genau, also die haben ja auch alle noch Zeit. Da wollen wir nicht zu früh Panik schieben und es kommt halt die Silly Season. Ich glaube, so müssen wir diese ganzen Spekulationen erstmal auch einordnen. Dass Elken mit Hamilton spricht, weil er einer der besten Fahrer ist, dass Hamilton mit Elken spricht, weil Ferrari am Ende seiner Karriere eine Option wäre, das ist im Endeffekt ganz normal. Manchmal erfährt man davon, manchmal nicht, ob es jetzt stattgefunden hat oder nicht. Wie gesagt, Sie sagen, es hat nicht stattgefunden. Irgendwann werden wir es mal erfahren, wenn es die Biografie von Lewis Hamilton gibt, was wirklich Sache war. Also wenn wir jetzt Walter Kostas Rechnung aufmachen, müsste die ja in ein paar Jahren kommen. Also Grüße an Walter an dieser Stelle. Spekulationen gibt es ja jetzt auch schon. Das ist ja ein bisschen das Verquere in der Situation. Gestern wurde ja bekannt gegeben, dass Aston Martin und Honda ab 2026 gemeinsame Sache machen werden. Aston Martin wird ein Honda-Werksteam, bleibt aber Aston Martin. Das ist ein ganz wichtiges Detail schon mal zu Beginn. Ja, und was passiert dann mit Fernando Alonso? Denn GP2-Engine, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen in unserem Video, als die Bekanntgabe ja rausgekommen ist. Er saß heute auch in der Pressekonferenz. In Gruppe 1 war er meiner Meinung nach der interessanteste Gast, weil eben dann doch viele wissen wollten, wie ist es denn mit dir und Honda für 2026? Wäre das eine perspektivische Lösung? Und auch er hat eigentlich sehr positiv reagiert, was das anging. Genau, vielleicht die Vorgeschichte noch, Martin Wittmarsch von Aston Martin, der hatte ja gesagt, 2026 Leute, so weit denken wir noch gar nicht. Aber Honda hat die Tür aufgemacht. Watanabe, der Chef der Honda Racing Corporation, der meinte, Alonso, das wäre kein Problem für uns, sollte er dann noch hier fahren. Also da ist man wohl nicht wahnsinnig nachtragend. Und Alonso wurde natürlich heute in der Pressekonferenz auch auf dieses Thema angesprochen, ob da noch irgendwelche Altlasten zu bereinigen sind, die gibt es nicht. Was ich ganz interessant fand, Kevin, da sind wir wieder bei den kleinen Details. Er wurde auch von Craig Slater, glaube ich, von Sky UK angesprochen und die Fragestellung wurde so eingeleitet, wenn denn Honda dann zuerst Martin in die Formel 1 kommt, dann wird er ja 45 Jahre alt sein. Und da ist Alonso direkt reingekrätscht und hat gesagt, nee, nee, mein Freund, ich werde 44 sein. Da habe ich draus geschlossen, warum weiß der das denn so genau? Ich glaube, weil er sich mit dem Gedanken schon mal auseinandergesetzt hat für sich, weil ansonsten, warum würde er das so spontan aus dem Ärmel schütteln? Also selbst ich müsste da eben mal drüber nachdenken, wie alt bin ich dann 2026? Alonso musste nicht drüber nachdenken. Aber gut, vielleicht überinterpretieren wir das auch. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich weiß nicht, was ich 2026 machen werde heute. Ich glaube, das kann auch keiner wissen. Sein Vertrag geht natürlich auch nicht so lang. Aber er sagt, ich fühle mich frisch und fühle mich immer noch schnell genug für die Formel 1. Und das ist die entscheidende Aussage, ich habe kein Problem damit, für Honda zu fahren. Er sagt, 2015 bis 2017, da hat es einfach nicht funktioniert. Das war für andere Fahrer, Stoffel van Doorn zum Beispiel, der aus den Nachwuchsserien kam, da alles gewonnen hat. Für die sei das viel schwieriger zu ertragen gewesen, meinte Alonso. Honda war damals einfach noch nicht bereit in seinen Augen. Aber so Alonso wörtlich, inzwischen haben sie bewiesen, dass sie ein konkurrenzfähiges Paket haben. Sie waren Weltmeister 2021, Weltmeister 2022 und sie werden es wahrscheinlich auch 2023 werden. Deswegen sagt der Aston Martin, Honda, das wird ein richtig aufregendes Projekt. Also sollte Alonso dann immer noch Formel 1 fahren, daran wird es nicht scheitern. Diese Zusammenarbeit Aston Martin, Alonso, Honda, vielleicht wird dann aus dem Clippy-2-Engine-Drama von damals ja sogar noch eine Erfolgsgeschichte. Wer weiß. Trotzdem hat Fernando Alonso auch gesagt, dass es jetzt nicht bedeuten soll, dass Aston Martin erst 2026 Weltmeister werden kann. Das war auch ein ganz wichtiges Detail, was ihm auch wichtig war zu sagen tatsächlich. Denn er und auch Teamchef Mike Krag wollen natürlich die Entwicklung in den nächsten Jahren auch noch als Mercedes-Kundenteam voranbringen. Mike Krag hat in seiner Medienrunde heute gesagt, dass man natürlich jetzt das Kundenpaket weiter hat. Man wird dann in der neuen Fabrik, wo man übrigens an diesem Wochenende beginnt, einzuziehen in Silverstone. Auch das Getriebe natürlich selber entwickeln und die ganzen Komponenten selber entwickeln. Aber in den nächsten Jahren bis 2026 hat man natürlich noch die Mercedes-Komponenten. Und mit diesen möchte man natürlich auch erfolgreich sein. Man muss also chassis-seitig sich weiterentwickeln und noch weitere Schritte gehen, um dann auch um Siege mitzufahren. Und wenn es nach Fernando Alonso geht, Christian, auch um die Weltmeisterschaft. Also da bleibt man selbstbewusst, trotz dessen, dass man ja erst 2026 wirklich mit Honda ans Werk geht. Genau, war ein ganz interessantes Detail heute, das auf die Frage, ob man unbedingt einen Werksmotor braucht, um Weltmeister zu werden. Da hat Alonso einfach mit einem Glasladen Nein geantwortet, ohne irgendwelche zusätzlichen Erklärungen. Also er traut sich dazu. Noch ein interessantes Detail gab es, was die zukünftige Partnerschaft Aston Martin-Honda ab 2026 betrifft. Denn der Weggang von Mercedes bedeutet auch, dass Aston Martin das Getriebe in Zukunft selbst bauen wird. Also das wird nicht Honda machen, das baut Aston Martin selbst. Und der Umzug, das hat uns Mike Krak heute auch erzählt, in die neue Fabrik in Silverstone, der erfolgt gerade in diesen Tagen. Mike Krak hatte dort gestern seinen letzten Arbeitstag im alten Büro. Ab Montag sitzt er dann schon im neuen. Also da ist auch gerade einiges in Bewegung. Ja, vielleicht auch bei Aston Martin sitzen mit der Yuki Tsunoda. Der wurde nämlich auch danach gefragt. Wurde ja auch so ein bisschen ins Gespräch gebracht von Honda. Hat sich geehrt gefühlt, glaube ich, dass er auf dieser Liste steht. Aber weiß natürlich auch, wo sein aktuelles Zuhause ist. Nämlich bei AlphaTauri, bei Red Bull. Hat auch nochmal unterstrichen, dass er von Red Bull unterstützt wird. Aber natürlich, weil man ja nicht weiß, was bis 2026 ist. Und Honda einfach als Japaner auch eine ganz wichtige Marke ist, die ihn ja auch in die Formel 1 gebracht hat, muss man sagen. Er ist ja auch Teil des Honda Junior-Programms gewesen, dass er natürlich dann auch sich vorstellen könnte, da den Schritt zu machen. Vielleicht sogar eine Perspektive für Yuki Tsunoda, wenn es in den nächsten Jahren vielleicht bei AlphaTauri oder Red Bull keinen Platz gibt. Also auch da ein Auge draufhalten. Ein Auge draufhalten, Christian, konnten wir heute auch auf einige Fotos. Und ja, wir haben ja ein gutes Jubiläum an diesem Wochenende. Denn Haas feiert sein 150. Grand Prix. Genau. Und da haben wir euch eine neue Rubrik in diesen Livestreams. Die Bilder des Tages. Es gibt ein eigenes Logo, das das Haas-Team anlässlich des 150. Grand Prix zusammengestellt hat. Das blenden wir euch hier kurz ein. So sieht das also aus mit ein bisschen Speziallackierung. Ausgerechnet in Monaco. Erfolgreichster Fahrer nach Punkten für das Haas-Team übrigens. Kevin Magnussen vor Romain Grosjean. Dann haben wir ein weiteres Foto für euch ausgegraben von Nico Hülkenberg. Ganz interessant. Freund, der sich heute mal auch einen seltenen Einblick mit Frau und Kind gezeigt hat. Übrigens, wir sind nicht die bösen Paparazzi. Grüße gehen raus an Bernd Erlhoff von CircuitPix.de übrigens, der uns dieses Foto wie ein paar andere, die wir heute schon gezeigt haben, zur Verfügung gestellt hat. Also wir sind nicht die bösen Paparazzi, sondern wir haben natürlich nachgefragt bei Nico Hülkenberg, ob es denn okay ist, wenn die Fotos von Frau und Kind veröffentlicht werden. Medienrechtlich übrigens, sobald jemand in den öffentlichen Raum geht, ist es ganz, ganz schwierig, Fotografen zu verbieten, das nicht auch öffentlich zu zeigen. Und Nico Hülkenberg, der war, wie man vielleicht auf diesem Bild erkennt, guter Dinge für dieses Wochenende, sagt über seine Chancen. Haas war in Monaco immer schon ganz gut, haben auch ein paar Updates am Auto, bin daher optimistisch und sehe keinen Grund, warum wir am Sonntag nicht in die Punkte fahren sollten. Und dann haben wir noch ein drittes und letztes Foto von Günther Steiners Medienroundtable am heutigen Tag. Das können wir vielleicht auch noch kurz zeigen. Das habe ich euch rausgesucht, einfach um mal zu zeigen, wenn wir von Medienrunden sprechen, was wir damit eigentlich meinen. Also da ist ein relativ großer Andrang. Da sind teilweise noch viel, viel mehr Journalisten, die da rundherum sitzen. Da liegen ein Haufen Handys, Diktiergeräte auf dem Tisch, alle vor der Nase von Günther Steiner und jedes Wort, das er dann sagt, wird protokolliert. Das ist also eine neue Rubrik bei uns. Die Bilder des Tages, das wollen wir euch von jetzt an öfter zeigen. An diesem Wochenende sehen wir ja auch eine Sonderlackierung bei McLaren zum Beispiel, die freien die Triple Crown. Auch die Indie 500 sind ja an diesem Wochenende und wenn ihr Bock drauf habt, das Ganze bei Sky Live zu sehen, dann checkt doch mal mst.site.indie500 aus, denn dort könnt ihr das Sky Sport Paket für 20 Euro im Monat als neue Kunde abschließen und dann seid ihr da sofort mit dabei. Oder ihr geht auf mst.site.indie500 aus, denn bei WOW gibt es an diesem Wochenende ein richtig geniales Angebot. 33% aufs flexible 12-Monats-Abo und dann könnt ihr direkt losstreamen, könnt dann theoretisch den großen Preis von Monaco sehen, live und exklusiv dort bei Sky, die Indie 500 und das Bundesliga-Finale ist ja auch noch dieses Wochenende. Also wenn ihr habt die ganze Portion Sport, könnt ihr dort dann schauen. Also wenn ihr Interesse habt, dann schaut doch da mal vorbei. Christian, eine Frage aus dem Plenum von unseren Kanalmitgliedern. Das bleibt ja. Michael Schlicker, ob Alonso auch nicht mehr gesperrt ist, mit Honda-Motoren bei der Indie 500 zu fahren und da gab es ja auch eine ganz interessante Situation von ihm und Oskar Piastri, der darauf angesprochen worden ist, ob er nicht Lust hätte, mal Indie 500 zu machen und man hat deutlich gesehen, nee, für Oskar ist das nichts und hat dann so gefragt, so, ja, wenn man dann mit 240, 250 Meilen pro Stunde in die Wand donnert in Kurve 1, dann tut das schon weh. Fernando kann da, kann da was zu sagen, oder Fernando? Und du bist doch, also dann hat Alonso ihn daran erinnern müssen, dass er ja mal einen Unfall hatte, auch in Indie tatsächlich und ja, die Wand tut weh. Also Indie 500 mit Honda-Motoren, jetzt vielleicht wieder eine Option für Alonso? Um ehrlich zu sein, ich habe nichts wahrgenommen in der Pressekonferenz heute. Hast du da was gehört dazu, Kevin? Nein, nein, das ist halt die Frage von Michael Schlicker. Also könntest du dir vorstellen, das ist jetzt die Frage, die ich so ein bisschen weiter ausstelle, dass er nochmal Indie 500 anpacken würde, wenn es ihm möglich ist? Und das im Speziellen mit Honda, also ich glaube schon, also wenn er Formel 1 fahren würde mit Honda, glaube ich nicht, dass er da auch Bedenken hätte, Indie 500 zu fahren. Nur mein Gefühl ist schon sehr stark, Alonso hat sich das mit der Triple Crown als neues Karriereziel schon ziemlich schöner geredet, als er es eigentlich fand. Ich glaube, er wusste, er hat in der Formel 1 einfach keine Möglichkeit, in einem konkurrenzfähigen Team, um die WM zu fahren. Nur das hat ihn interessiert. Dann hat er sich halt was anderes gesucht und das war die Triple Crown. Aber ich glaube, wenn man ihn fragt, möchtest du lieber nochmal Formel 1 Weltmeister werden oder die Triple Crown gewinnen, dann glaube ich, würde er immer die Formel 1 WM nehmen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Skouferia möchte wissen, wie ist der aktuelle Stand bei den Kotflügeln für Regenrennen? Sind da schon Testfahrten avisiert? Das bringt mich ganz kurz zur Wettervorhersage. Morgen und Samstag bleibt es wahrscheinlich trocken. Am Sonntag könnte es mal einen Regenschauer geben. Also auch da gibt es meines Wissens keine Neuigkeiten. Wir wissen, dass das geplant ist, aber ich habe jetzt nichts gehört von irgendeinem konkreten Testtermin oder so. Auch da, wenn du mehr weißt, Kevin, gerne mich korrigieren. Aber das ist zumindest mein Wissensstand. Ich auch nicht. Ich kann mir halt nur vorstellen, weil Pierre Gasly, glaube ich, vor zehn Tagen hat er in der Pressekonferenz gesagt, ja, glaube ich, auch Regenreifen getestet hat für Pirelli, dass man da vielleicht das auch getestet hat. Also es ist ja auch nichts wirklich nach außen gedrungen. Ich wusste es noch nicht mal, dass Pierre Gasly die Testfahrt gemacht hat. Da war er, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, dass Tom Clarkson ihn darauf angesprochen hat in der Pressekonferenz. Er hat gesagt, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Aha. Ja, hat aber nicht viel verlautbaren lassen, wie die Reifen denn jetzt so sind, die da so kommen in der nächsten Zeit und ob es diese Coachflügel auch getestet wurde. Don Castello, fährt Williams auch noch mit Special Gulf Livery oder kommt da morgen eine andere Ankündigung? Ja, gutes Stichwort. Morgen gibt es eine Ankündigung von Williams. Noch macht man ein Geheimnis draus. Könnte sein, dass wir also noch eine zweite Sonderlackierung bekommen an diesem Wochenende oder eine dritte. Ich weiß nicht, ob Haas auch noch ein bisschen was macht. Aber ja, müssen wir abwarten, was Williams am Freitag ankündigt in dieser Richtung. Unser Producer Sascha, Kevin, hat mir die Frage auch schon gestellt. Dann habe ich direkt den Bernd Erlof an der Strecke mal zu Williams geschickt. Das Auto sah heute noch genauso aus wie immer. Die Mechaniker trugen aber hellblaue Galfelme. Also vielleicht kommt da noch mehr. Könnte also sein, dass man da noch was macht. Frage von Dodo42. Wie ist das mit dem Free-TV-Rennen, das in Imola nicht stattgefunden hat? Hat Sky den Vertrag trotzdem erfüllt oder muss jetzt ein anderes Rennen ins YouTube? Sorry, falls bereits beantwortet. Dodo, gut, noch nicht beantwortet, aber jetzt? Das ist eine gute Frage, die wir auch nicht zuverlässig beantworten können. Aber Sky muss vier Rennen zeigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Imola auch vor das Mailleur hin oder her dafür zählt, dass ich denke schon, dass sie vier Rennen im Free-TV zeigen werden. Im Zweifel ja auch aus Eigeninteresse, um ein bisschen die Promotion-Trommel zu rühren, dafür den Sky-Abo abzuschließen. Aber werden wir uns bei Gelegenheit mal erkundigen, was da jetzt Sache ist. Gutes Stichwort übrigens, wenn ihr aus Österreich kommt, dann könnt ihr euch schon mal vormerken, der große Preis von Österreich in Spielberg läuft nicht bei Servus-TV und beim ORF parallel. Aus Kostengründen, aus wirtschaftlichen Gründen hat man sich entschieden, diesen Grand Prix nur beim ORF zu zeigen. Also der ORF übernimmt die Übertragung aus Spielberg, dafür übernimmt Servus-TV die Übertragung vom großen Preis von Ungarn in Budapest exklusiv sozusagen. In Österreich ist es ja so, Christian, es ist richtig, dass Servus-TV der Rechteinhaber ist, also der Exklusiv-Rechteinhaber und im Grunde genommen dem ORF diese Rennen, die sie zeigen dürfen, in Anführungsstrichen sublizenziert. Genau, korrekt. Das ist übrigens ein häufiges Missverständnis bei unseren Videos, wenn wir Inhalte aus Sport & Talk am Hangar 7 von Servus-TV zeigen, weil wir nennen da ja immer im Zuge unserer Vereinbarung mit Servus-TV, Servus-TV als den offiziellen Broadcaster der Formel 1 in Österreich. Dann gibt es immer die Kommentare, Leute, das ist nicht der offizielle Broadcaster der Formel 1 in Österreich, sondern einer der beiden offiziellen Broadcaster ORF zeigt es ja auch, ist nicht richtig. Servus-TV ist der einzige offizielle Broadcaster der Formel 1 in Österreich, der einzige Lizenznehmer. Der ORF ist Kunde bei Servus-TV und Servus-TV entkleidet, was mit diesen Rechten passiert. So ähnlich wie Sky alleiniger Rechteinhaber in Deutschland ist und entweder an RTL verkaufen kann oder halt auch nicht. Und eine Frage von Peter Schmid. Könnt ihr euch vorstellen, dass Andretti mit Honda kommt statt Cadillac, in Klammern Renault, in den USA? Arbeiten sie mit Honda bereits zusammen? Also, das kann ich sehr... Aber wir müssen mit Andretti erstmal selber kommen. Also das ist natürlich so ein Thema. Das ist richtig. Also das ist wirklich eine sehr hypothetische Frage. genau aus dem Grund, dass Andretti kommt. Da gibt es ja viele, die das nicht unbedingt wollen, weil sie nicht der Meinung sind, dass Andretti groß was beitragen würde dafür. Ja. Erstmal müssen wir natürlich hoffen, dass es bald mal Informationen gibt seitens der FIA. Wer hat sich eigentlich wirklich beworben? Ja. die Bewerbungsfrist ist abgelaufen. Wir warten jetzt im Grunde genommen darauf, ob man uns Bescheid gibt sozusagen, wer denn sich da beworben hat und ob es da irgendwelche neuen Informationen gibt, ob es da irgendwelche Zulassungen gibt oder weitere, die nächsten Bewerbungsschritte, wie das dann weiterläuft. Was ich mal gelesen habe, aber da möchte ich mich nicht verbriefen, dass da schon so eine Art Vorvertrag mit Renault irgendwie ist. Also bei Andretti zumindest. Also dass da der Wunsch eher ist, mit Renault weiterzumachen. Was wir wissen ist, Christian, das hat Mike Krag heute auch gesagt, 2026 auf jeden Fall nur Aston Martin mit Honda in der Formel 1. Genau, das fiel mir gerade ein, nämlich diese Aussage, die hatten wir nicht aufgeschrieben, aber das spricht eigentlich ganz eindeutig dagegen. Also Honda und Aston Martin haben einen Exklusivvertrag gemacht, vorbehaltlich natürlich dessen, dass wenn ein Team zum Beispiel keinen Hersteller findet, dann könnte Honda theoretisch per Reglement dazu gezwungen werden, dieses Team auszustatten mit Motoren, wenn man der Motorenhersteller ist, ist der als einziger zum Beispiel nur ein Team beliefert. Weil das sieht ja das Reglement so vor, wenn zum Beispiel jetzt Red Bull, wie es damals mal war, als man eigentlich Mercedes-Motoren wollte, von Renault weg wollte und dann irgendwie bei Honda gelandet ist, da hatte ja Red Bull eine Zeit lang keinen Motor und dann hätte per Reglement einer der Hersteller dazu verpflichtet werden können, Red Bull zu beliefern. Sollte das aber nicht passieren, was ein sehr unwahrscheinliches Szenario ist, dann ist es eine Exklusivpartnerschaft, nur Aston Martin und Honda. Das hat Mike Krak heute gesagt und das ist indirekt eigentlich auch eine Antwort auf die Andretti-Honda-Frage, denn wenn Honda sich exklusiv auf eine Zusammenarbeit mit Aston einig, kann man nicht mit Andretti machen. Machen könnt ihr gleich danach was ganz anderes, denn ein ehemaliger Aston-Martin-Fahrer, Sebastian Vettel, war, Christian, ein Thema in einem Interview von dir mit Dr. Helmut Marko. Genau, weil immer wieder taucht ja auch das Gerücht auf, dass Sebastian Vettel eines Tages ein Nachfolger von Helmut Marko bei Red Bull als Motorsport-Konsulent werden könnte. Ich habe Helmut Marko selbst die Frage gestellt, ob er mit ihm in Kontakt ist, ob das ein Thema ist, da hat Helmut Marko drauf gesagt, Sebastian, da muss ich erst einmal finden und für sich wissen, was er in Zukunft machen möchte. Dann könnte man sowas eventuell ins Auge fassen. Also er schließt das nicht komplett aus. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wenn ihr mehr auch andere Themen von Helmut Marko hören wollt, wie er sie aktuell bewertet, dann klickt ihr jetzt unten auf das nächste Video, auf das Interview mit Helmut Marko.